Man sieht hier auch, wenn Stefan Raab knapp gewonnen hat, er hat das 15. Spiel gewonnen. Ich glaube 51 zu 63 haben wir verloren. Und hier sieht man schön, wie Stefan Raab und sein Gegner verarscht wird. Er hört sich denken, ach du kannst mich mal kreuzweise oder so. Aber irgendwie schaut das lustig aus. Er sieht dann hinterher und sie verkloppt. Wie geil das den anderen oder was? Wenn Stefan mal sie mal umdrehen würde, das interessiert mich. Aber hier, guck mal. Zaaa. Ja, ja. Da hinten aber... Elton... Ich schau das so lustig aus. 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 Ja? Ich schau das so lustig aus.